Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Autonomischen Marsch. Wir ernten immer noch Hocken. Noch nicht fertig. Ansonsten wehen wir ob der Wiese nicht Welt. Wir sind startklar zum Schwatten. Na, wo ist denn los? Ja, gut. Hier, Fölk 13 hoch, Fölk 13 hoch. Fölk 13 hoch, Fölk 13 hoch, Fölk 13 hoch. So, ist gut. Zaubergenieb. Düngersteuer hinfahren. Damit es auch leicht machen können im Anschluss. Ballpressen müsste gleich. Aber das kann der andere machen mit Schwattelnschwatter. Wenn ich zu langsam wäre. Toro. Das ist voll am Donnerstag. Schönen Donnerstag. So, weiter geht es aber 3,4. Schönen Tag. Oh, pfff. Sooo, wer da? gut aus die preise erholt etwas sonnenblumen schön ich habe ich mich preis den glatt ausgesät aktuell hier hier eingesoffen das klappt krass er müsste nur stehen bleibt normalerweise ist es so schwer man sieht das klappt jetzt muss ich noch strohwahn pressen fahrzeug mit lkw machen zur not ja 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 die blöde bisschen verlust naja gut schauen wir mal besser in griff kriegen jetzt ist besser steht der peter das können wir schon mal mit dem schwarzen vorbereiten so haben wir schon einen Kursgerät gespeichert, ich glaube schon trotten 24 Jups Irgendwie in Position und warten Achso, ja, ja, haha, dann ist er eine neue Funktion bei Kursplitter, dass er nicht in Frucht reinfahren muss Gut Das ist im Grunde nicht verkehrt Audi ist rückwärts fahren, das ist eine Katastrophe Aber Irgendwann kriegt er Schwierigkeiten Das geht jetzt los 1, 2, 3 Und da kann er nicht zu den Pump kommen, wo er hin will Ich weiß auch nicht, wo er hin will Ich weiß auch nicht, wo er hin will Ich weiß 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 nicht, wo er hin will der rückwärts er müsste nur stehen bleiben sobald die anrichtung fährt machen leer und dann kann man gleich das gras kümmern um die 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 So, wenn man gleich entsprechend leer machen, dann kann der in aller Ruhe durchfahren und ich kann mir ums Gras kümmern. Dann ist er mir auch fertig. Dann ist der Outgleich fertig. Ja, dann kann der gleich zum Hof und dann Stroh pressen. Oder gleich in den anderen beiden Wiesen fertig machen. Sobald es gewachsen ist. Stroh pressen müsste ich aber. Ja, wir freuen uns. Brauchen bald mehr Geräte hier. Kommen wir in Schwulitäten? Nein, nein, in den besten Bienen muss noch. Lassen. Ja. Wir würden einen Frontbau nicht. Wir würden einen Frontbau nicht mehr sehen. Wir würden einen Frontbau nicht mehr sehen. So, fahren wir mal rüber. Ne, da sieht man aus. Da ist er. Wollen wir gleich den Rest fertig machen hier. Boah, da ist ja gewachsen und so. Da hat es ja gewachsen hier. Da ist er. Kann er reich fahrt loslegen? Da sind muss ich jetzt noch. Bocken kann man. Gas geben wir mal, Gas. Die Zeit drängt. Dicht dran. Ah, es geht. Gut. Bocken wir fertig. Jetzt geht los Stroh pressen. Und gleich. Parken. Machen wir mal gleich einen Versuch mit LKW. Ob der LKW auch. Annehmen kann. Komm mal aber sicher. Das war auch nicht ideal. Nicht so wendig wie der Traktor. So. Löschen. Ernte. Ernte, ernte, ernte. Mann Skinner. Der liegt ja. Ja, das geht ja ganz gut. Oh, der kommt nicht sogar'n Stroh rüber. ist nicht hundertprozentig da wo wir fahren sollen na gut ist der lkw ja das geht Stroh ich bin komisch aus lange dafür wie gesagt werden wir gleich überführen Opfenfeld Nummer 13 dann sage ich um die Stelle mal tschüss und winke winke dann sage ich jo und tschau und tschau